Hey Leute, hier ist eure Bora. Willkommen zu einem weiteren Video und ich denke auch vor mit letztem Video der Reihe Klassen, Fertigkeiten, Fähigkeiten. An dieser Stelle möchte ich euch heute den Technology-Zweig ein bisschen näher bringen. Wenn ihr hier an diese Stelle angelangt seid, habt ihr sehr wahrscheinlich die kompletten sieben Klassen im Vorfeld gelernt. Um diesen Baum freizuschalten, braucht ihr ein Buch, ähnlich wie bei den Klassen auch, aber kein normales, wie sagt man hier, Klassenbuch in dem Sinne, sondern ihr braucht spezielle Research-Zettel. Das sind so eine roten, rosan, lila, nennt ihr es wie ihr es wollt. Davon braucht ihr auf jeden Fall zehn Stück. Wir machen das mal, klicken auf Rezepte und ihr seht, the future is now. Dieses Buch, was wir hier an dieser Stelle schon haben, braucht ihr. Das heißt, ihr braucht zehn Stück davon, zehn Papier, zweimal Farbe und eine Feder. Jetzt sagt ihr euch, ja, mein Gott, zehn Sondernot, was soll es schon sein? Es ist nicht so einfach, diese Dinger zu finden. Also ich hatte jetzt wirklich Glück, dass ich in Annas Bunker fünf Stück gefunden habe. Das muss aber nicht so sein. Das ist wirklich Zufall. Ich kenne Leute, die sind schon Level, weiß ich nicht, 200 und haben gerade mal drei so eine Dinger gefunden. Und ich meine, die kann man sich auch nicht erkaufen. Also gerade wenn man auf einem Server spielt, macht es Sinn, da durchaus mitzuhandeln. Das funktioniert schon eher. Aber die Dinger zu finden, ist manchmal wie eine Nadel im Heuhaufen. Also ist zehn, wirkt erst mal wenig, kann aber je nach Zufall manchmal echt eine Herausforderung sein. Genau. Habt ihr dieses Buch hergestellt, dafür braucht ihr übrigens so einen Schreibtisch, ohne den könnt ihr das nicht herstellen, dann lest ihr das Ganze und ihr seht, ist freigeschaltet. So. Hier habe ich schon einen Punkt. Ah, ich muss Spieler Level 80 sein. Deswegen ist es noch ausgegraut, aber theoretisch habe ich das schon. Das macht aber erst mal nichts. Also mit dieser Fähigkeit kann ich dann quasi eine Laserwerkbank herstellen. Das war ja der Grund auch mit, warum wir die Quest, die letzte Quest von Anna gemacht haben, um auch in der Geschichte voranzukommen, aber um diese schwarze Kieker zu kriegen, um dann quasi mit Level 80, das ist halt hier die Bedingung, eine Laserwerkbank herzustellen. Und mit einer Laserwerkbank könnt ihr dann Laserwerkzeuge, Laserwaffen vor allen Dingen, die natürlich nochmal viel, viel, viel mehr Schaden machen. Ich habe jetzt noch keine, weil ich dann auch noch nicht so weit bin. Und noch ein nicht ganz so unwesentlicher Vorteil. Es ist ja so, wenn ihr hier Werkzeuge habt und ihr wollt die vom Wert her aufwerten. Also jetzt zum Beispiel hier, das M4A1 ist jetzt im Level oder in der Qualität 57. So. Wenn ich das jetzt reparieren würde, würde es definitiv, weiß ich nicht, irgendwas 53, 54 vielleicht sein. Das heißt, es würde von der Qualität und von den Werten her schlechter sein. Um das zu verhindern, würde man normalerweise eine Werkbank nehmen, die Waffe da reinpacken mit einer niedrigeren Qualitätsstufe und das kombinieren. Und dann würde der Wert hier unten wieder aufgefüllt werden. Das geht aber nur bis zu einem Wert von 40. Das heißt, wenn ich jetzt einen habe, könnte ich das zwar hier noch auffüllen, diesen Wert, aber ich könnte jetzt nicht Stufe 58 damit werden, weil die Werkbank einfach so eingestellt ist, dass ihr nur ein Gegenstand, sei es jetzt ein Werkzeug oder eine Waffe, bis Qualitätsstufe 40 aufwerten könnt und drüber geht nicht. Das heißt, alles was über 40 ist, das könnt ihr halt nur mit einer Laserwerkbank machen. Also es macht durchaus Sinn, sich diese auch perspektivisch anzuschaffen, aber wir sind halt einfach noch nicht so weit. Und dann, ich gehe mal ein bisschen hier rüber, dann sieht man das vielleicht besser. Genau, habt ihr hier einmal zwei Booster, nenne ich sie mal. Einmal im biologischen Bereich und einmal im technologischen Bereich. Und die Krux ist halt, wenn ihr diesen Technologiebaum jetzt hier habt, dass ihr euch entscheiden müsst, ob ihr diesen Bereich wählt oder diesen Bereich. Ihr könnt nicht beide Bereiche wählen. Das heißt, hier geht es zum Beispiel mehr darum, dass ihr Blockschaden erhöht, dass ihr mehr Schaden macht. Gucken wir mal, gibt es noch mehr? Ne, das ist so in dem Bereich. Und hier nochmal Gesundheit, also dass ihr mehr HP generiert als sonst, nämlich hier zwei HP pro Sekunde. Also letzten Endes geht es einfach darum, dass hier eure Gesundheitswerte hier nochmal angepasst werden und ihr hier mehr HP generiert. Das kann, je nachdem, wenn ihr ein sehr risikoreicher Spieler seid, kann das von Vorteil sein. Ich nehme tatsächlich wirklich immer diesen Bereich, einfach wegen dem Heilungseffekt, weil man dann manchmal doch nicht immer so viel Verbände sich rumschleppt. Der zweite ist der Technological Boost Zweig. Da geht es halt dann mehr um die körperliche Kondition, also dass ihr weniger Ausdauer verbraucht. Muss mal gucken, ob das was für einen ist. Hitze- und Kälteresistenz finde ich jetzt weniger relevant, aber hängt natürlich auch davon ab, in welchem Biom man vorteilsweise spielt. Wenn ihr jetzt mehr im Schnee seid oder mehr in der Wüste, kann das durchaus Sinn machen. Dann könnt ihr nämlich diese Kälte- und Hitzeresistenz-Mod ersetzen durch andere Mods, die euch dann wieder Vorteile bringen. Und das könnt ihr denn hiermit so ein bisschen abfrühstücken oder halt auch nicht. Und hier geht es einfach nochmal, dass eure Mobilität beim Rennen oder Gehen gesteigert wird. Gerade für Leute, die viel unterwegs sind, kann das durchaus hilfreich sein. Ich persönlich nehme es einfach weniger, weil ich ja doch gerade irgendwann nachher, sofern man es kann, mit Motorrad unterwegs ist. Und da bin ich dann weniger am Rennen oder dergleichen. Unter anderem ist das halt so. Also jeder, sage ich mal, Zweig hat für sich Vorteile. Und letzten Endes ist es so ein bisschen jedem selber überlassen, wie er das Ganze nutzen möchte. Genau, das zu dem letzten Technology-Fertigkeitsbereich, den Darkness Falls bietet. Ich kann ja nochmal generell zeigen, wie man auch Bücher herstellt. Also wenn ihr diese Skill-Notes habt, klickt ihr hier drauf und ihr könnt normale Bücher herstellen. Da braucht ihr denn nur 30 dafür, um beispielsweise die Fertigkeit mit Pfeil und Bogen einfach nur zu skillen. Wenn ihr das macht, gewinnt ihr zwei Fertigkeitspunkte. Also das wäre ja zum Beispiel hier in dem Bereich, da bin ich jetzt aber schon 100 von 100, da wird das weniger Sinn machen. Aber Athletics zum Beispiel habe ich 95 von 100. Wenn wir jetzt im Bereich Athletics ein Buch bauen würden, das wäre tatsächlich gleich das Nächste. Gleiches nochmal, 30 Skill-Notes, Papier, Farbe und Feder. Wenn ich das jetzt hier habe und einfach mal lerne, seht ihr da unten, dass sich meine Fähigkeit um zwei Punkte erhöht hat. Das können wir nachgucken. Ich hatte vor 95. Tada, ich habe jetzt 97. Und das kann ich natürlich mit anderen Büchern auch machen. Ihr seht hier nochmal ein blankes Klassenpapier. Was ihr herstellen könnt, da braucht ihr 240 bzw. 120, wenn ihr das Schreibpult macht. Muss ich mal gucken. Seht ihr, ist sogar eine 15. Also wenn ihr das einfach so macht, ohne hier dieses Schreibpult, braucht ihr doppelt so viel. Also da würde ich euch wirklich von abraten. Baut euch den Schreibtisch und dann braucht ihr nur 120 Skill-Notes für ein blankes Klassenpapier und damit wiederum euer Klassenbuch herzustellen. Also für eins dieser sieben Klassen von Pharma bis zum Survivalist. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dass ihr euch generische Skill-Notes herstellen könnt. Da braucht ihr 60 Skill-Notes für. Das sind die quasi, die ihr hier oben zur Verfügung habt. Die bekommt ihr dann. Also wenn ich das jetzt mal, ich habe rein zufällig so ein Zier. Ich lese das jetzt mal. Tada, jetzt haben wir 17. Also die sind gar nicht so irrelevant, weil dann kommt ihr hier manchmal auch weiter, wenn ihr das halt nicht mit irgendeinem Buch oder dergleichen skillen könnt. Ja. Ich denke, das war soweit. Grob gesagt, das Ganze rumt ums Thema Bücher. Wie Bücher hergestellt werden, wo ihr Bücher finden könnt, was ihr mit den Büchern machen könnt. Wie gesagt, wenn ihr Bücher habt, zerlegt die, um an diese Skill-Notes zu kommen. Um damit halt wieder andere Bücher herzustellen, die ihr dann später benötigt. Und ihr habt gesehen, ihr braucht eine Menge. Von daher, wenn ihr kein Glück habt, habt ihr immer noch Alternativen. Ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen helfen und hat euch ein bisschen Licht in die Dunkelheit gebracht. Und ja, ich würde mich über ein Like freuen und auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hohlade. Also dann, eure Bora.